Digitalisierung verändert das Leben von uns allen, von 7,6 Milliarden Menschen. Sowohl zu Hause, bei der Arbeit, als auch im Miteinander. Digitalisierung bereichert, fordert und zwingt uns aber auch, neue Lösungen zu finden. Sehr viele Menschen haben mehr als ein digitales Endgerät, also unter anderem Smartphone, Laptop oder Tablet. Damit unsere digitale Welt funktioniert, fließen jedes Jahr 1,5 Z-Arbeit an Daten durch Rechner, Server und Clouds. Echt gigantisch, was unsere schöne digitale Welt so alles kann, oder? Werfen wir doch mal einen genaueren Blick darauf. Damit all diese Daten verarbeitet werden können, braucht es Rechenzentren. Und die fressen unglaubliche Mengen an Strom. Wäre die IT-Branche ein Land, hätte es den drittgrößten Stromverbrauch weltweit. Nur China und die USA verbrauchen noch mehr. Für die Herstellung von Computern, Tablets und Co. gehen außerdem viele seltene Rohstoffe verloren. Und da wir unsere Geräte immer schneller durch neue ersetzen und nur zu einem geringen Teil recyceln, wächst der Elektroschrottberg der Welt immer weiter. Damit die Digitalisierung unser Leben besser macht, ohne dass Umwelt, Wirtschaft und wir Menschen darunter leiden, muss der digitale Wandel gesteuert und gestaltet werden. In Baden-Württemberg haben wir deshalb eine Digitalisierungsstrategie ausgearbeitet. Mit digital.atbw soll das Land zu einer Leitregion des digitalen Wandels werden. Und die Aufgabe des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ist es, den digitalen Wandel mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu verbinden. Nachhaltige Digitalisierung. Wie soll das funktionieren? Mit Green IT zum Beispiel. Also mit Informations- und Kommunikationstechnologie, die Ressourcen und Energie spart. Das fängt bei der Herstellung eines Laptops an, geht über die Nutzung von Servern in Rechenzentren und hört bei der Entsorgung von Altgeräten auf. Nachhaltige Digitalisierung bedeutet auch, Produktionsprozesse ganz neu zu denken. Zum Beispiel in sogenannten Ultra-Effizienz-Fabriken. Diese neuartigen Fabriken stehen dort, wo die Menschen wohnen. Auch das Klima kann mit nachhaltiger Digitalisierung geschützt werden. Denn Smart Grids, also intelligente Netze, sorgen dafür, dass Erzeugung und Verbrauch optimal aufeinander abgestimmt sind. Dass grüner Strom auch dann fließt, wenn Sonne oder Wind mal schwächeln. Digitalisierung vernetzt und hält uns auf dem neuesten Stand. Moderne digitale Technologien helfen uns dabei, Daten nachhaltig zu nutzen, um Natur und Umwelt dank smarter Umweltdaten besser zu verstehen. Augmented Reality hilft uns dabei, zu veranschaulichen, wie zum Beispiel der Klimawandel unsere direkte Umgebung verändert. So können wir den Menschen unser Wissen viel anschaulicher vermitteln, ihr Bewusstsein schärfen und sie aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung beteiligen. Nachhaltige Digitalisierung hilft also, das Klima und die Umwelt zu schützen, Rohstoffe und Energie zu sparen, innovative Produktionsprozesse zu entwickeln, die Energiewende voranzutreiben, unseren Wissenshorizont zu erweitern, den Menschen aktiv einzubinden und ein gutes Leben zu ermöglichen. So wird Zukunft nachhaltig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020